Hallo, ich heiße Martin Gößinger und unterrichte in der Musikschule Geilge. Die Geilge ist fast zur Gänze aus Holz gebaut, ebenso der Bogen, mit dem man die Geilge anstreicht und schöne, wohlklingende Töne herausholen kann. Ein Lied, das meist im Anfangsunterricht im ersten Jahr vorkommt, ist dieses, erkennst du es? Die größere Schwester der Geilge ist die Bratsche oder Viola. Auf ihr klingt dieses Lied so. Die größere Schwester der Geilge als auch mit Bratsche kann man ganz unterschiedliche Stilrichtungen spielen. Unter anderem spiele ich jetzt ein Stück von Linze Sterling. Es heißt We Pop. Du kannst es gerne auf YouTube nachhören. Nun ist es Zeit, dir zu sagen, du kannst mich gerne auch anrufen und beide Instrumente probieren. Geige oder Bratsche. Meine Telefonnummer 06 80 2 3 2 1 4 1 6. Ich freue mich auf dich. 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 Vielen Dank.